Den Zuhilfen zum Große, liebe Freunde des Geflicken Games, herzlich willkommen zurück hier bei Drakensagen in Folge 72. Der Wolf, unser Freund, der tanzt ein wenig verrückt. Mein anderer Wolf, der kommt hier hin. Na, Poltchen? Einmal kurz den Hund streicheln, das soll ja Glück bringen. Sollst du hoch? Nein, natürlich nicht. Und wir bekümmern uns in dieser Folge einmal um die beiden Räuber. Einmal hier Bandit Ronqua, gegen den wir ja feindlich gesinnt sind. Und dann müssen wir uns noch hier um den Räuberhauptmann Humpert kümmern. Den haben wir ja eigentlich, ja, zugesprochen. Mal gucken, was da passiert, wenn wir hier auf ihn treffen. Und das Ganze im Endeffekt endet hier in der Burg, wo wir dann, ja, der Hauptquest wieder nachgehen. Aber zunächst einmal kümmern wir uns, wie gesagt, um die Handlanger von Ronqua. Und jetzt gucke ich mal gerade, wer hier am stärksten ist. Das kann ich ja immer ganz gut sehen. 33 ist jetzt eher so semi. Upsala. Ey, nicht schubsen, Pauli, nicht schubsen. Mein Hund möchte auch gleich raus. Das hat er schon gesagt gerade. Er ist mit 44 der Stärkste. Das heißt, ihm würden wir jetzt als erstes mal uns vorknöpfen. Dann machen wir den auch komplett fertig, würde ich sagen. Die Wölfe und hier das Wildschwein. Also der Wolf und das Wildschwein, die helfen uns. Die haben wir von den Hexen bekommen. Weil wir denen ja positiv gestimmt sind. Für alle! Dann hier der Nächste. Und Ysidoro kämpft immer noch auf den alten Handlanger. Macht den fertig. Okay, gut. Hat sich gerade erledigt. Die sind alle nicht so schwer. Also wir haben gegen den Vasco da Gama, wollte ich schon fast sagen. Wie hieß er noch hier? Davangia gekämpft. Der, ähm, ein böses Monstrum war. Das war gar nicht der echte. Und ich vermute, meine Vermutung, die ich gesagt habe vor, übrigens, vor ein paar Folgen, habe ich gesagt, die Perioten sind wahrscheinlich fake. Und so kam es auch. Es ist so, als hätte ich irgendwie hier das Drehbuch geschrieben für. Also die Story. Ähm, ist aber nicht der Fall. Leider. Ähm, aber ich hatte sowas schon, mir schon vermutet, dass das passieren könnte. So, zwei Handlanger haben wir noch. Und wir nehmen den zuerst. So. Obwohl. So. Machen wir so rum. Na gut. So, den einen noch. Dann haben wir ihn doch. So. Achso, ist noch einer. Tatsache. Ja, hier darf jeder sterben. So, sag, kein Problem. So, warte mal. Dann lassen wir mal sie vorgehen. Ja, doch er. So, hier ist nur einer. Einfacher Verband, das macht sie. Und hier ist noch. Zack, zack. Ich loote so gerne. Ach, hör mal. Ich loote so gerne. So, jetzt lassen wir mal kurz warten, bis alle wieder vollständig sind hier. Aber wir können, glaube ich, schon mal in die richtige Richtung gehen. Durch diese kleine Gasse. Clever gemacht. Weil durch diese Gasse, ne, ist sehr hoch. Kann keiner angreifen. Sie müssen durch diesen Weg hier kommen. Das heißt, wenn jemand Besuch, also wenn hier jemand als Besucher kommt, der wird direkt erst mal abgefrühstückt. Und hier ist ein Drachenkultist. Warum auch immer. Zwei Stück. Warum ist hier ein Drachenkultist? Warte mal, normal. Das passt doch gar nicht. Hier soll doch eher der Rauberhäuptmann sein. Alles ein bisschen merkwürdig hier. Aber gut, das ist die Story. Ich frage da nicht groß nach. Es wird schon seinen Grund haben, warum hier noch Drachenkultisten stehen. Entweder zufällig hier reingesetzt vom Level-Designer. Weil es einfach thematisch irgendwie passt. Das passt überhaupt nicht hier hin. Ganz komisch. Aber gut. So, die beiden, die können ruhig mal angreifen. Jo, alles klar. Gut. Dann auch einmal looten wieder. Das wiederholt sich gerade ein wenig. Ja, und er hier. Was hat er dabei? Ein Kultisten-Dolz und wieder das übliche Gesocks. Da oben brennt ein Feuer. Ich glaube, dass wir hier richtig sind. Kiste. Ah. Sehr schön. Wolli, was ist los? Oh, er liegt hier ganz einfach. Ja, der will gleich mal wohin. Da sind die Handlanger wieder. Also, ich glaube, die Kultisten, die waren einfach nur random hier reingesetzt. Irgendwie hatte das gar keine Bewandtnis, dass die hier an dieser Stelle platziert wurden. Oh, warte. Bevor ich da hingehe. Erstmal schön alles einsammeln, was geht. Ähm. Rolana. So. Erstmal mal hier so schön. Alles nutzen. Alles pflücken. Ein Fehlschlag. Wunderbar. Na ja, das ist doch. Schaffe ich nicht, ne? Oder? Okay, pass auf. Da ist dann der Bandit Ronk war. Achso, wir können doch gar nicht kämpfen. Okay. Ja, dann. Kurz einmal speichern. Es steht im Heftchen. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. In dem Heftchen. Sonderheft, was ich mir mal geholt habe. Zu Draken sagen, stand drin. Sehr viel speichern. Und deswegen machen wir das auch. So, dann gehen wir mal rüber. Hallo. Los. Auf geht. Was waren jetzt? Äh. Wenn es das zur Tour geht nicht? Sag mir los, die Batterie ist leer. Heidewitzka. Ähm. Ja. Freunde. Jetzt geht es wieder. Einfach kurz speichern. Warte mal. Was war das denn jetzt? Die Batterie ist nicht leer. Kann gar nicht sein. Mein Gott. Ganz komisch. Mein Rechner hatte gerade ein wenig sich verirrt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall reden wir mal mit Ronk war. Wahrscheinlich. Was haben wir denn da, Schickes? Siehst weder aus wie einer von Humberts Versagern, noch bist du einer der Schwächlinge vom Gutshof. Bist auch kein Sonnenanbieter. Vielleicht bist du ja für etwas zu gebrauchen. Wofür willst du mich denn gebrauchen, höher einer Schädel? Oh, wer bist du denn, du Prinz Strohkopf? Humbart? Wer ist denn Humbart? Ein andermal vielleicht. Na, wir könnten uns zusammen den ganzen Wald hier unter den Nagelreißen schätzen. Deine Hände und dein Kopf. Wie sieht es aus? Interessiert? Wie stellst du dir das vor? Los, ohne Umschweife. Erzähl mir erstmal ausführlich, wie du dir das vorstellst. Ein andermal vielleicht. Humbart und seine Verlierer lungerten hier seit langem in der Burgruine, um Reisende und Händlern etwas Weckzeug abzuknöpfen. Dabei trauern sie sich kaum mal zur Abschreckung, ein Fingerchen abzuschneiden oder einen Kopf aufzuspießen. Wenn einer nicht spuren will. Wie ärmlich. Wie in all den Jahren sind sie fett und faul geworden und haben sogar Abmachungen mit dem Vogt getroffen. Wahre Missträume sind das. Aber jetzt hat hier jemand Humbart aus einer Uni gejagt. Und er kann sich ja nicht mehr verstecken. Tja, die Zeit ist reif, dass jemand Neues hier sagen hat. Jemand, der noch nicht weiß, was so richtig Räuber ausmacht. Jemand, der nicht gemein, so eine Sache mit dem Arligen und dem Bitteln macht. Die Zeit ist reif für mich. Räuber Hauptmann Ronqua. Und jetzt kommst du ins Spiel. Humbart hat sein Lager nordöstlich von hier. Töte ihn und seine Spieß hier, Sellen. Ich bezahle dich in klingenden Dukaten oder gebe dir was von unserer Beute ab. Also, bist du stark genug, um bei Ronqua mitzumachen? Ronqua, wer? Na, wie sieht's aus? Bist du Drache oder Maus? Für Gold tue ich fast alles. Also gut, ich werde Humbart für dich erledigen. Ich glaube, ich töte einfach dich und hole mir bei Humbart meine Belohnung ab. Ja. Haha, du bist ja frech. Los, Jungs. Lass uns diesen grün spannende Lektion erteilen. Ja, wir wollen beide killen. Deswegen, da haben wir keinen Bock drauf. 120? Das ist einiges. Da würde ich auch mal vermuten, dass wir ihn, äh, ja. Gut, dass wir ihn gespeichert haben, würde ich sagen, an dieser Stelle. Okay. Aber ich glaube, der wird uns nicht so töten wie der andere. Also nicht so schnell töten. Meine Vermutung ist, das ist ganz gut, dass wir das so machen. Ähm, deswegen ich nie Faxius auf Bandit. Ronqua mit 120 Lebensenergie. Echt too much. Sorry. Aber das ist echt zu viel. Für einen einfachen Räuberhauptmann. Ja, aber als Mensch. Ist jetzt kein, äh, kein großer Kämpfer an dieser Stelle. Ne? Das wollte ich schon mal gesagt haben. So, und das machen wir noch mal. Ich hoffe, dass die kleinen Viecher noch hier mitmachen. Die Tierchen des Waldes. Boah. Ja, ist schon... Oh. Das ist nicht gut. Ähm. Dann, ja. Balsam soll er Wunde. Heile Wunde. Schade. Hat nicht funktioniert. Ei, ei, ei. Was mit den Räuberhauptmann, der hat mal töten. Oh, hier. Sehr gut. Er macht einen Einbeeren-Saft. Er trinkt einen Heiltrank und dann sind wir wieder voll da. Na komm. Und dann haut er ihm einen rein. Oh, der ist ausgewichen. Kann er sich selber heilen? Nein. Ja. Da müssen wir doch irgendwie mit harten Bandagen kämpfen gerade. Mein Gott. Der kann aber so ein... Also ordentlich einstecken hier. Äh. Gehen wir mal zu ihm. Hier sieht Oro ist tot. Ich will mal gucken, was passiert, wenn er tot ist hier. So, er wäre jetzt weg. Okay, dann lass uns mal gucken. Warte mal. Kann ich ihm was geben? Ah, warte mal. Klar, das hat noch ein Beeren-Saft. Ach so. Die hat die hier. So. Forgrim. Würde dann mal einen benutzen. Und gucken, ob das funktioniert. Und dann... Würden beide kämpfen. Naja. Naja, naja. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Ich glaube, wir müssen das nochmal neu starten. Wie bleiben die denn? 45 hier da. Oh, das ist hart. Das habe ich nicht gedacht. Ähm. Vielleicht muss ich ihn nochmal heilen, aber... Drei Wunden. Ach, das sieht schlecht aus. Nee, Freunde. Ich glaube, wir laden da nochmal neu. Ah, das war hart. Der war zu stark. Also das ist... Hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube, dass der andere... Weil bis jetzt waren sehr, sehr leichte Gegner. Äh, ich glaube, dass der andere... Wie heißt er noch gleich? Ronqua? Humbert. Dass der Humbert, ähm... Nicht viel leichter sein wird. Ich würde gerade mal die ganzen Leute mal wieder aus... Kleiden. Mit Heiltränken und so weiter. Also wir haben 150 Stukaten. Und kaum Heiltränke auf der Hand. Also das geht so nicht. Naja. Anschließend müssen wir dann Waffenbalsam wieder drauf. Pass mal auf. Ich würde nochmal kurz ins... Äh... Ins Gut gehen. Ja. Ich würde einmal kurz ins Gut gehen und gleich mich an dieser Stelle wieder postieren. Äh, gestärkt mit ein paar Sachen. Also, ich würde sagen, bis gleich. Oh, ich bin kurz hier in was reingeraten. Ich bin ab Albene getroffen. Die bei Danos steht der Kröte. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal gerade. Eigentlich wollte ich mich für Jahre dankbar sein. Der Lump würde doch auch mit Morla oder Josmene im Häu verschwinden, wenn's ihn juckt. Ach, Hesedoro, du bist. Na, willst du dein Werk auch nochmal begutachten? Albene, was machst du hier? Um dir bei zu sagen, ich möchte Danos zu Firiane bringen. Was? Der arme, verwirrte Ding will ihn sogar noch als hässliche Krötlein haben. Und du willst dir dabei helfen? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Überreden, auf meine eigenen. Ich hab dir geholfen, deine Rache zu erhalten. Und nun sorge ich dafür, dass Danos nicht zustößt. Du bist ja genauso flatterhaft wie eine Hexe. Also gut, niemand soll sagen, ich könnte nicht sein Unmensch. Nimm dir die treulöse Kröte und bring sie zu Firiane. Was dumme Mädchen ist wohl echt verliebt in ihn. Hab Dank, Albene, du hast wirklich ein gutes Herz. Na gut, hau bloß ab. Okay. Ja, dann haben wir ihn genommen. Ähm, stimmt. Ich bin ja eigentlich hier unten lang. Ich wollte eigentlich zum Wut Dunkelhorst. Bin schon fast hier unten angekommen. Zwischendurch habe ich da noch ein paar, ähm, ja. Ein paar, wie heißt es so schön? Lass mich nicht lügen. Achso, ja. Feuer fliegen getötet und ein paar Wildschweine, die uns da aufgelauert haben. Und ich bin an dem Lager vorbeigegangen, der Bandstrahler. Gut, da ich jetzt gerade hier unten bin, würde ich sagen, machen wir das gerade zusammen. Dann können wir die auch mal töten. Oder? Lass uns erst mal, ihr habt recht, lasst uns erst mal kurz auffrischen gehen. Gut, Dunkelhorst. Lass uns vernünftig sein, das bringt nichts. Und dann anschließend gehen wir dann, äh, gehen wir dann weiter. Aber ich wollte euch noch kurz daran teilnehmen, diese Szene mit, ähm, ja, Albene. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu Feriane und, äh, ja, geben Thanos mal ab. Und, ähm, damit wir auch wissen, dass eben nichts passiert. Wir sind ja so gut. So gut. So, und zwischendurch. Da hinten ist sie doch, habe ich sie doch gesehen. Am Wegesrand noch stehen, eine Conchita-Wurst. Hier. Conchinis. Conchinis. Dreimal, jawohl. Sehr schön. War gar nicht geplant, dass ich gerade jetzt in der Zwischenzeit kurz wieder reingucken. Hier, äh, auftauche. Aber so ist es halt nun mal. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier irgendwo irgendwas habe, was spannend ist, dann lasse ich euch natürlich direkt daran teilhaben. Ähm, von daher sind die wieder spontan hier. So, und da ist das gut. Da wollte ich hin. Und gucken wir mal, dass wir, bringen wir erstmal Thanos weg. Die kleine Kröte hat sie auch nicht verdient. Letztendlich hat sie ja aus den Fehlern gelernt. So, Firiana, da ist sie doch. Habt ihr Thanos dabei? Ja, seht her. Oh, mein Thanos. Was hat diese schreckliche Frau die nur angetan? Ich bin euch dankbar, dass ihr ihn in mir gebracht habt, Jesidoro. Und es tut mir leid, dass ich die Prioten auf euch gehetzt habe. Sind wir jetzt kürt? Ich glaube schon. Aber entschuldigt mich jetzt bitte. Ich muss mich um Thanos kümmern. Na gut, na gut. Hätten wir diese Quest dann auch mal. Vollbracht. Äh, gut. Ich wollte gucken, dass ich mich hier so ein bisschen stärke und aufbaue. Gut. Wie gesagt, das werde ich jetzt machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo. Da bin ich zurück. Und, äh, ja. Bisschen aufgefrischt das Ganze, ne. Bunt Pulver habe ich gekauft. Heils haben alles, was das Lager hergab. Wir haben aber immer noch 138 Stück Karten. Wir hatten 150. Dafür haben wir jetzt jeden hier einzeln gut versorgte Zeugs. Ne, also da dürfte auf jeden Fall gut werden. Und wir stehen hier am Lager der Perioden. Und wir gucken einfach mal. Das hatte ich ja schon gesagt, was uns hier erwartet. Ich habe gerade auch gespeichert. Ja, da sind schon ein paar einige drin. Ja, ja. Hier ist der Lagermeister. Das sind vier Bandstrahler. Warte mal. Ah, das ist ein besserer Bandstrahler. Ja, der hat nämlich einen Namen. Wenn die Namen haben, ist das immer ganz gut. Äh, da steht einer. Der hat nur 30. Ja, pass auf. Dann können wir den mal gerade... Oder? Pass auf. Ich habe mal eine andere Idee. Okay, wir machen sie mal 2 W plus 6. Hallali, Waldfee. Wir machen sie mal als... Genau. Wir könnten ja auch einen Bogen spannen. Ein W plus 1 ist aber... Der ist schlecht. Wir müssen einfach mal einen besseren Bogen für sie machen. Ja. Und dann nehmen wir 23 Bolzen. Haben wir nicht mehr Bolzen? Wir haben viele Pfeile, aber wenig Bolzen. Naja. Und dann würde ich sagen, sie... Greift mal an. Den Bandstrahler. Und sie kann auch mal gleich einen Fulminikus hinterher schießen. Und dann natürlich... Klar. Die 2. Die kämpfen vor der Front. Fulminikus auf ihn. Und ja. Sie schießt auf ihn. Guck mal, was passiert. Guck mal, ob die anderen drinnen bleiben erstmal so lange. Das wäre ja etwas... Mal seltsam. Ach so. Ein Schwerg einbauen. So. Die beiden hier drauf. Und... Ulana auch. So. Schau kaum am Aau. Ich bin so weit weg. Immer. Ja. Das war es schon. Die anderen schlafen noch den Schlaf der Gerechten. Das ist gut. Das sollen sie auch tun. Silbertaler. Nochmal Wundpulver. Wer hat denn hier das Wundpulver genommen? Sie. Okay. Dann kriegt sie das. Und der andere, der liegt... Wo? Hallo? Haben schon beide abgefrühstückt? Kann doch nicht sein. Ah, so. Jetzt. Ich wollte schon sagen. Silbertaler. Zack, zack. So. Weiter geht's. Da ist es noch. Also können wir erstmal speichern, wa? Wo wir hier diese... Also erfolgreich gemacht haben. Wir stürmen quasi das Lager hier. Okay. Äh. Bandschneller an. Wie alt ist... Der hat auch nur 25. Warte ich denn los. So geil ist der ja gar nicht. Für die Könige. Für Andra. Dann kommt er reichte auch ein Fulminikus Donnerkeil bei dem. Ganz ehrlich. Wo ist er? Also. Hier. Zack. Und. Ja gut, er kann nochmal hier versuchen. Aber das ist auch Quatsch. Eigentlich zu tun. Oh. Ja komm. Sieht doch aus in Zelten. Eieiei. Okay, pass auf. Haben wir dann einen geilen hier? Uh. Uh. Amazone voraus. Zum Angriff. Ich dachte, weil er einen Namen hat, ist er der super Typ hier. Aufwärts. Alter, da habe ich mich vertan mit dem Stürmen hier, glaube ich. Okay. Hmm. das funktioniert nicht ganz so sind doch ein bisschen viele ich bin weg ich muss weg da guck mal die von mir lassen aber überhaupt nein muss hier lang wie sagt er mich getroffen die frage ist kann ich so überleben da woher lauf ich hin die lassen glaube ich von mir ab brenner hilfe die bandenstrahler kommen ich habe überlebt freundlich wie schlecht ist das denn ja okay ja kommt mal her freunde kommt mal her ich glaube wir müssen das ganze noch mal überdenken okay die braucht auf jeden fall eine bessere waffe das ist klar damit kommt sie nicht weit ich weiß nicht ob das das richtige war aber fliehen ist eine möglichkeit freunde kritische wunde ich glaube ich muss mich kurz mal heilen lassen also alle war hier heilen erstmal selber weil das jetzt schummeln ich mein misslung ich bitte dich so dann heilen wir erstmal die anderen kritische wunde ich hoffe das geht ja okay da und dann warten wir mal dass es besser wird und dann gehen wir mal doch wer zum räuber hauptmann und ja ich glaube die prioriten sollten wir noch nicht stürmen ich weiß nicht warum irgendwie irgendwas sagt mir dass wir das besser lassen sollten so hier nicht hoch sondern eins dahinter eine kleine kuddel muddel folge aber das muss auch mal sein hatte ich nicht vor gehabt einfach hier die räuber auszuräuchern ich weiß es nicht wir hätten theoretisch noch was zeit oder ich gehe mal da hoch und gucken wir mal also bis gleich so oder wenig wieder ich stehe wieder hier in der nähe von ronquartz lager wollte gerade die passage durchgehen und da sind wieder ein paar handlanger aufgetaucht ich glaube die sind wieder hinzugefügt worden als kanonenfutter glaube ich 33 das ist jetzt nicht so ist nicht so die starken ich glaube sind einfach nur eingesetzt worden damit die wieder da sind keine ahnung auf jeden fall hatten wir die schon eigentlich platz gemacht und ich bin eigentlich davon ausgegangen dass es gut ist dass wir die schon platz gemacht haben aber scheinbar ist es total irrelevant weil die ploppen einfach wieder neu auf schade macht so ein bisschen das spiel spaß kaputt wobei das seine marginal muss immer wieder rücksichtigen das spielte von 2008 hat schon ein bisschen alterserscheinungen aber er sieht immer noch sehr schön aus das ist schön gealtert und von daher darf ich mich eigentlich gar nicht beschweren ich versuche meine nächste ach komm dann alle drauf hier außer er macht noch einen wuchtschlag und alle drauf wenn dann beim das war's gut hätte nicht sein müssen die wieder hinzustellen ich weiß nicht warum jedes gemacht haben aber gut er soll wohl so sein und das andere noch und private sie genau schlingenfalle dann werden wir jetzt noch weiter gehen und noch weitere treffen vermute ich mal die dann auch wieder neu gespawnt sind da ist noch ein wölfchen das macht uns nichts hier waren auch die zwei kultisten vorhin mal auf jeden fall da ist ronquarts lager richtig ronquart ja ronquarts lager lager so frisch gestärkt gehen wir mal wieder für guten mutes zu ronquart und wollen ihn mal vernichten hoffentlich wird dies gut funktionieren wie gesagt ich bin mir nicht sicher wir können natürlich auch erstmal hier die sachen platt machen falle entdeckt da macht den gar nichts aus würde erstmal sagen wir plünern erstmal dolch und so ja es ist alles so ein bisschen ich weiß nicht ich nehme die sache in die hand bärm da fliegt aber alles weg altes brötchen ja das ist schön da freuen wir uns doch wer kann hier die falle entschärfen das konnte er doch gut nein halt so falle entschärfen ok das kennen wir ja schon wer bist du denn und ich bin räubermann ronquart was mit rollen im r vorne wie hinten meine männer sind noch nicht bla 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 hummerzeit ist abgelaufen jetzt treiben wir die hölle ein was willst du vielleicht bei mir mitmachen bursche ronquart wüsste nicht weil ich dir helfen soll rübenkopf na dir können wir seine hände und mein kopf na wie sieht es aus wie stellst du dir das vor los ohne umschweife erzählen erstmal aus für dich wie du dir das vorstellst da 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 bist du dabei ich habe wichtiges zu tun als hier räuber fangen zu spielen lebt wohl ok so jetzt nochmal hier fallen entschärfen wir wollen gleich nochmal mit dem reden würd gern nur wissen was hier drin ist schlösser knacken wahrscheinlich kriegen sie dann aufs maul machen wir mal hier machen wir mal 9c weiter und öffnen breit wuuu leute jackpot würde ich sagen ein anderthalb händer ja das ist doch geil wo ist es denn hier ein w plus 5 ein wurfball ja schwere armbrust ok das ist auch eher was für sie breitschwert anderthalb händer durchziehen kann sie denn mit dem anderthalb händer umgehen das ist ja immerhin keine kleine waffe auf jeden fall das ist eine zweihand waffe das ist immer blöd zweihand waffe und du hast wie gesagt ein w plus 5 nur obwohl bei körperkraft 17 haben wir sogar ein w plus 6 also sie hätte sogar ein w plus 6 aber kann sie denn mit einer zweihandschwert müssen wir dafür haben nein sie kann nicht damit umgehen kann er denn mit einem zweihandschwert umgehen auch nicht keiner kann mit einem zweihandschwert umgehen wahrscheinlich naja ach das ist ärgerlich schade schade breitschwert naja gut das bringt uns auch nicht viel eh dann muss sie leider weiter mit ihrem selben hantieren na gut das war nicht so erfolgreich wir plündern erst noch mal und gucken mal was wir noch haben und das ist jetzt für sie vielleicht interessant und hier ulmenholz auch schön wird immer gern genommen dieses ulmenholz pass auf wir können natürlich erstmal noch alle beklauen das machen wir auch noch gucken was sie dabei haben vielleicht noch was geiles hier ist noch ein festchen was wir mitnehmen also ein holzfass kohle für den zwerg ich nehme kohle mit hallo irgendwas handlanger ja obwohl müsse ja brauchen wir ja jetzt auch ähm hier nochmal hier ist noch ein handlanger den habe ich noch nicht und am schluss machen wir mal den ronk waren gucken was wer dabei hat ronkwer oder na komm und er ah guck mal hier was der schönes dabei hat dann alles nehmen was war das denn hier steckbrief ronkwer achso toll lesen gesucht von rechts wegen zur verurteilung seiner untaten mordraub iglei brandschatzung sind mordbrand totschlag tempelschändigung presse oh presserei und fügung einer röpelsbande steht unter acht des fürsten von posch und grafen zu ferdok der vogelfrei bekannt unter den namen ronkwer alles klar freunde dann wollen wir mal schauen was wir mit dem ronkwer in der nächsten folge machen vielen dank fürs zuschauen wie die etwas kuddelmuddel folge durcheinander folge aber schön dass du dabei warst und falls dir trotzdem gefallen hat daumen hoch und wenn du nicht verpassen möchtest abonnieren und die glocke aktivieren dann bekommst du sofort bescheid wenn eine neue folge online ist in diesem sinne erstmal gehabt euch wohl dann